Moin 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 Das ist schwer, sogar Gott, du verschreib mich. Mit noch hoher und noch mehr und alle waren so neidisch. Ich hab schon viele vorher gesehen, sie war die Schicks von allen. Und zu mir setzte viele, war sie mir total verfallen. Doch da ist sie vorken, wenn ich von's gar nicht verstehe. Du machst dir mal ein Kompliment, du wirst schon dir zu gehen. Ich hab's ja nicht gefragt, ich mach dich wohl, was konnte ich sagen. Doch denk ich schon nie, lieber Wurst, du denk ich mit dem Magen noch nie. Kommst du mal auf, mein Schatz, ich wirst dir lieber Wurst. So gern, ich kenn mich nur von dir und meine lieber Wurst verlieren. Kommst du mal auf, mein Schatz, ich schließe dich, lieber Wurst zu gern. Ich kenn mich nur von dir und meine lieber Wurst verlieren. Ich kenn mich nur von dir und meine lieber Wurst verlieren. Beifall ist absolut verrestlich. Verrestlich, genau. Was sagt uns Pilzer vieles noch, doch eines ist er nett. Ja, das ist mein Wurst, mein Auge, froh, komm jetzt ein Hund auf, Kinn. Weil wann andere überleg, ein Stuttet oder Wart. Dann ist es mal just kaum gedeckt und schon ist es g'start. Ja, da meistens geht es gut, jedoch von manchen Tagen. Da kommt ja so viel Rennen, du und du gehst zum Kopp und Kragen. Ja, heut bin ich verheiratet und mein Paar kommt viel zu fragen. Und weil sie mich so gut versteht, darf ich alles zu ihr sagen. Komm, stoss mal auf, mein Schatz, ich schließe dich, lieber Wurst zu gern. Ich kenn mich nur von dir und meine lieber Wurst verlieren. Komm, stoss mal auf, mein Schatz, ich schließe dich, lieber Wurst zu gern. Ich kenn mich nur von dir und meine lieber Wurst verlieren. Du schoßt mal auf, dein Schatz, ich schlisch die Leberwurst und gar nicht kennt. Du, ach gut, mir und meine Leberwurst. Danke schön, bitte schön. Also heute ist so die erweiterte Band zu Gast. Wir begrüßen natürlich ganz herzlich auch auf diesem Konzert unsere A.H., also unsere Altherrenabteilung, angeführt vom Herrn Michael Langer. Natürlich mit seiner bezauberten Gattin, mit Birgit Langer. Lang nicht, Lang nicht, Lang nicht, so viel Zeit muss ich auch. Und die Familie Lalla, also er hat einen super Vertrag, er hat bei allen Konzerten freie Eutritt und freie Getränke. Und er kann natürlich jederzeit auf die Bühne, er muss nicht, ne Mann. Das ist, das ist... Aber was wäre schwer, wenn er das machen würde? Dein Kindergartenfreund bettelt ein bisschen, aber das muss ich nicht bedienen.